So, willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might & Magic 5. Hier geht noch einiges ab. Auch hinter unserer Festung ist noch mehr los. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist hier ja noch ein Zweiwegportal. Was, wo führt uns das hin? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal zwei, drei, vier Festungen. Und du wirst erstmal hier Leute holen, Leute rekrutieren. Und im Anschluss dann hoch zu ihm, um ihm die Leute zu bringen. So, du kannst warten, du auch, auf die nächste Woche, um neue Leute zu rekrutieren. Und wir bauen aus. Und zwar hier noch. Ach, können wir hier noch Leute aufstufen? Nein. Können wir hier noch Leute kaufen? Ja. Na gut. Lassen wir es so. Nee, du wirst jetzt erstmal noch irgendwo hinlaufen. Einfach um mal zu gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Eventuell noch eine Festung. Nein, aber noch ein Zweiwegportal. Boah. Hier geht echt was ab. Also das ist eine riesige Karte, mit jeder Menge Möglichkeiten, von hinten angegriffen zu werden. Da muss man echt vorsichtig sein. Rot kommt. Da ist er. Aber den müssten wir eigentlich, wenn der in der nächsten Woche antanzt, kaputt kriegen. Viele, wenig, viele, 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 viele. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht einschätzen. Palast der Schatten. Könnt ihr Schattenmaterialchen nennen anwerben? Ja, ich will sie. Sorry, aber ich brauche sie unbedingt. Wenn wir die gleich mal aufstufen. Warte mal. Warum hast du kaum Leute dabei? Ich habe dir die ganzen Leute gegeben. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ne, dann musst du jetzt hinterherlaufen. So blöd das auch klingt. Ich speichere hier ab. Ich weiß ja nicht, was er macht da hinten. Nelle 33. Und dann läufst du jetzt hinterher. Verpiesel dich vor ihm. Na gut, ich meine, dann hat sie jetzt endlich mal wieder Leute. Ach du Kacke. So ein riesen Fail. Oh, Dreck ey. Der Irrgarten, um bessere Minotauren zu haben. Das Blutdenkmal, um bessere Jungfern zu haben. Was müssen wir bei dem anderen denn noch aufstufen bei dir? Gar nichts. Du hast ja kaum noch irgendwas. Eigentlich die Hydrin. Aber dafür brauchen wir noch Kristalle und Holz. Na gut, dann lauf erst mal nach Hause. Hier haben wir soweit alles erkundet. Hier ist auch schon eine Zitadelle gebaut. Eine Burg ist nicht möglich in dieser Stadt. Gucken wir erst mal, was der andere macht. Wir haben ja gespeichert. Natürlich will er nach oben. Das finde ich gar nicht witzig. Ne, das geht so nicht. Wir laden nochmal. Oh Mann. So, und du musst dann eben nach oben laufen. Dann musst du ihn jetzt beschützen. Und du läufst nach unten, in die andere Festung. So, in der nächsten Runde kommst du an. Alles ist gut. Du solltest eigentlich wieder nach hinten laufen. Guckst aber bitte hier noch entlang. Und da haben wir eine Garnison. Viele Horde, Horde, Horde. Ach du Scheiße. Trupp irgendwas. Ja gut, ne. Dann bleiben wir erst mal bei uns in der Festung. Zu lange, bis wir uns gegen die Garnison durchprügeln können. Hier unten müssen wir auch nochmal gucken. Und ansonsten haben wir soweit alles. Alles. So, mal gucken. Rot. Was machst du? Gehst du jetzt in die andere Festung? Nein, du willst wieder versuchen, diese Festung einzunehmen. Ist in Ordnung, denn sie ist schon zur Stelle. Und was machst du? Du baust aus... Grausige Einfriedung. Was müssen wir bei dir denn noch aufstufen? Die hier eigentlich nur. Die Assassinen sind aufgestuft. Ihr seid alle aufgestuft. Bis auf dir und dir. Das heißt, die Reiter bringen mir nichts. Ich kann auch keine neuen Leute rekrutieren. Eventuell war es das jetzt. Da muss ich ein paar Spielstände vorher laden. Um nochmal zurückzukommen. Wir haben auch keinen Kreaturen-Transfer. Das haben wir nur auf Shadia, glaube ich. Ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Meine Güte. Ähm... Was machen wir hier? Irrgarten. Nee, bringt nichts, irgendwas aufzubauen. Kann die Vermehrung... Das Wissen aller Hexenmeister erhöht sich... Um eins. Kumulative Wirkung, ja. Schön. Magier-Gilde Stufe 4. Schule des Schwarzen Herzens. Nee, hat alles keinen Sinn. Wir müssen jetzt... Darauf hoffen, dass das reicht. Du gehst erstmal zurück. Ja, sonst muss ich zwei, drei Spielstände davor laden. Und sie. Sie dürfte dann gar nicht hier sein. Grausige Einfriedung. Was muss hier noch aufgestuft werden? Eigentlich alles. Ja, gut. So. Hoffen wir das Beste. What? Was geht nur ab? Wo will der hin? Ach so. Der will gar nicht zu unseren Festungen. Der will ganz woanders hin. Und ich kann mir schon denken, wohin? Na, wenn das so ist. Pass auf. Dann machen wir das anders. Dann rekrutier du auch noch mal die Leute. So. Außerdem wird... Wirst du noch was rekrutieren. Alles, was du hier rekrutieren kannst. Und was du auch aufnehmen kannst. Nicht genug Platz in der Garnison. Das ist nicht schlimm. Dann bauen wir gleich mal was aus. Dann können wir die auch aufstufen. Den Ehegarten oder... Die da. So. Ach so. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Naja, doch. Geht. Ihr seid Blutjungfern. Ich habe noch keine... Hexen bei uns. In der Garnison hier. Ich bin gespannt, wo der rauskommt. Aus welchem Portal. Okay. Super. Nächste Runde. Komm schon. Zeig, wo du rauskommst. Er ist verschwunden. Okay. Dann haben wir noch Zeit. Der will bestimmt hier hoch zu der Festung. Immer die letzte Festung. Die erobert wurde, will er haben. Kann man hier nicht durchlaufen? Ach, da sind Echsenreiter. Na gut, ist nicht schlimm. Laufen wir eben außen rum. Du kannst dann warten. Ne, du gehst jetzt hier in die Festung. Holst die neun Leute. Okay, hat nicht ganz gereicht. Aber immerhin. Und gehst dann weiter. Halt! Du doch nicht. Du. Okay, du gehst gleich zurück in deine Festung. Aber vorher speichern wir einmal ab. Und ich gucke mal rechts. Eisengolams, die kriegen wir so weg. Hier ist nichts. Nur eine Schatzkiste. Und dann war's das. Ich frage mich, wo der sich hin teleportiert hat. Na gut, mir soll's recht sein. Dann bauen wir hier weiter aus. Oder auch nicht. Weil wir kein Geld mehr haben. Blau kommt runter. Und da kommt Rot. Rot. Warte mal, warte mal, warte mal. Halt mal, warte mal. Ganz ruhig. Blau hat vor, unsere Festung hier zu erobern. Wir haben hier schon alle Leute gekauft. Richtig? Richtig. Das heißt, du gehst in die Festung. Und wartest dort. Wir können ja noch ein bisschen was ausbauen. Unter anderem die grausige Einfriedung, um unsere Echsenreiter zu verbessern. Oder irgendwas, was noch neue Leute gibt. Was haben wir denn noch nicht? Was können wir denn noch nicht rekrutieren? Die Hexen und die Drachen. Benötigt Halle der Intrigen. Hm. Ne, dann erweitern wir erstmal unsere Exen. Und Rot kommt hier hoch. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, in der letzten Runde bin ich mit dir gar nicht gelaufen. Warte mal, dann machen wir es... Ne, machen wir nicht anders. Doch, machen wir anders. Spiel laden. LP 19. Gucken wir... Oh Gott, das ist ein Hin und Her, sag ich euch. Oh. Also. Du warst da und solltest eigentlich nach da laufen. Das heißt, du bleibst erstmal hier. Du bist gelaufen. Und du brauchst die neuen Leute. Ich muss erstmal durchsehen, welche Festungen wir überhaupt sind jetzt. Du gehst rein. In dieser Festung hatten wir alles rekrutiert soweit, ja. Das heißt aber auch... Oh Gott, ein Hin und Her. Genau, der kam von oben und ist wieder abgehauen. Hä? Ist ja alles durcheinander. Na gut, ist halt so. Du bist nicht gut ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden jetzt mit ihr nicht dort hochlaufen. Wir werden versuchen, hier unsere Verteidigung zu stützen. Und wir müssen hier versuchen, mit ihr alles Weitere drumherum zu errichten. Wir schaffen es nicht bis hin und wieder zurück. Gut. Müssen wir auf volles Risiko gehen. Er ist wieder da. Und der rote Spieler kommt. Okay. Auf geht's in den Kampf. So wird's nachher aussehen. Okay. Ihr steht auch schön weit weg von den Hydren. Gut gemacht. Lass sie nur kommen. Wir müssen erstmal auf die ballernden Viecher gehen. Das bedeutet, die haben nur die Quälgeister. Keine Sukubi? Das ist toll. Ach doch, da. Ich seh nix. Schön vergiften. Ach, gegen Bär. Ich hasse sie. Da soll er nur kommen. Eisblitz auf die Sukubi. Wir töten einen Teufel. Sehr gut. Traumhaft. Kommt ruhig näher. Er will neue Leute zaubern. Das soll er ruhig versuchen. Wir gehen schon mal nach vorne. Ich will das so schnell wie möglich beenden. Er hat ja nun mal auch Fernkampf und Zauberer und so weiter und so fort. Deswegen ist mir das alles nicht so lieb. Ach Gott, wer seid ihr denn? Gut. Sind leider noch genügend Sukubus da. Gut, die müssen weg. Damit wir hier durchkommen. Ihr wartet. Und die Hüderen gehen schon mal nach vorne.